Ullukha Pada Prasaranasana, die Eule mit gespreizten Beinen, ist eine der sehr fortgeschrittenen zwei Handstellungen. Von der Sitzhaltung ausgehend, gib die Füße auf den Boden, dann winde, gib einen Oberschenkel auf den Oberarm, winde den Fuß auch noch gegen den gegenüberliegenden Arm und strecke dann das andere Bein nach hinten aus. Das ist Ullukha Pada Prasaranasana, die Eule mit weiten Beinen. Swami Yogeshwarananda Paramahamsa in seinem Buch First Steps to Higher Yoga sagt, dass diese Stellung Brustkorb und Arme stärkt und dass diese Stellung auch das Prana aktiviert. Auch die Beinstärke wird gefördert.